Cast Arena, oh, 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 türkischer Fußball und die Super League, die Spannung wächst, ja, 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 analysieren, diskutieren, jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Abda Gülen beeindruckt bei Real Madrid. Xavi schwärmt von der Leistung des jungen Tenents. In der glamourösen Fußballwelt der La Liga sorgt der 19-jährige Abda Gülen weiterhin für Furore. Der junge Mittelfeldspieler von Real Madrid, der einst kürzlich in der Liga erstmals in der Startelf stand, zeigt dem Spiel gegen Real Sociedad eine bemerkenswerte Leistung, die nicht nur Fans und Mitspieler, sondern auch Gegner und Kritiker beeindruckte. Am Freitagabend war Real Madrid zuerst bei Real Sociedad. In einem spannenden Spiel sicherten sich die Madrid-Läden mit einem knappen 1-0-segwichtigen drei Punkte und festigten ihre Tabellenführung in der höchsten spanischen Spielklasse. Alta Gülen, der in der Stadt entstand, war der unbestrittenen Star des Abends. In der 29. Minute erziehte er mit einem gekonnten Linksschuss vom linken Strafraum das einzige Tore des Spiels. Für Gülen war dieses Spiel mehr Vereinsicht ein Meilenstein. Zum ersten Mal stand er in einem Ligaspiel in der Startelf und nutzte die Gelegenheit, seine Kritiker zu überzeugen und seine Fans zu begeistern. Seine Leistung zeigte, dass er nicht nur ein Spieler für besondere Momente ist, sondern auch die Fähigkeit besitzt, konstant auf hohem Niveau zu spielen. Nicht nur Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, sondern auch Xavi Hernandez, Trainer des ersten Malen FC Barcelona, zeigte sich von Gülias Leistung beeindruckt. Nach dem Spiel drückte Xavi seine Bewunderung aus und bedauerte, dass Gülen nicht in seiner Mannschaft stand. Der Junge ist ein Genie, schade, dass er nicht bei uns ist, sagte Xavi und er strich damit die wohl Wertschätzung für das Summe-Tanent. Und bei Gülen, der im vergangenen Jahr von Van Aert-Bastjez in Real Madrid wechselte, hat er auch Angebote von anderen Spitzenteilen, darunter dem FC Barcelona. Doch seine Entscheidung für Real Madrid scheint sich auszuzahlen, denn er entwickelt sich stetig weiter und hat bereits wichtiger Akzent im Spiel der Madrilein gesetzt. Seine Fähigkeiten auf dem Spiel sind nicht zu übersehen und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren einen noch zentraleren Team einnehmen wird. Einerdings gab es auch Momente der Disziplinlosigkeit. In der 15. Minute sah Gülen die erste gelbe Karte seiner Karriere, wenn er den Schiedsrichter beleidigt hatte. Ancelotti war über dieses Feind nicht erfreut und er mahnte ihn, solche Aktionen in Zukunft zu untermassen. Trotz dieses kleinen Viert-Tritts mugte der italienische Trainer die spüren seiner Leistung und betonte, wie wichtig er für die Zukunft des Vereins sei. Ja, in Madrid bereitet sich nun auf das bevorstehende Champions-League-Haltfinale gegen Bayern München vorab. Und auch wenn Gülen voraussichtlich auf der Salzbank sitzen wird, wird seine Entwicklung weiterhin mit großen Interessen verfolgt. Seine Leistung gegen Real Sociedad hat einmal näher gezeigt, dass Lermann-Dritt ein außergewöhnliches Talent in seinem Reim hat, das in der Lage ist, Spiele zu entscheiden und selbst erfahrener Trainer wie Xavi Hernandez zu beeindrucken. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt! Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena – dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena. Ausrattung. 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 Ausrattung.